So hallo und willkommen zu einem neuen Video. Wir testen heute nochmal das BankJuice ersten das Cannonball, Cola Cannonball und zwar nicht DL sondern ihr habt das jetzt hier drin, MTL M-Siren 2. Das habe ich mit 6 Milligramm Nikotin angemischt, einfach dass es ein bisschen stärker ist. Ja und da muss ich sagen, das ist ein Aroma. Gerade das Cola, das passt einfach MTL nicht. Das muss man, das muss man DL dampfen. MTL ist das nicht gut. Man kann hier mit dem Siren 2 theoretisch auch DL dampfen, in dem dass ich einfach die Airflow ganz aufmache. Mit der Leistung ein bisschen hochgehen. Können wir mal von 20 auf 25 mal 26,4 Watt. Aber das ist nicht so schlimm. Ja und dann schmeckt es richtig gut. MTL leider nicht geeignet. Ja, das war es dann auch schon. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen da. Abonniere es auf YouTube kostenlos. Bis zum nächsten Video. Ciao. Bis zum nächsten Video.